das soll ich von vorne anfangen ja okay dann kann ich die ganze zeit schon ja jo leute was geht da prepumpstart und ich begrüße euch hier ganz herzlich zu einem weiteren video hier auf meinem kanal und zwar haben wir heute einen kleinen gast mitgebracht das ist einer von unserem kleinen channel und ja du kannst dich einfach mal begrüßen die leute darkzett hier und so ja klein ist ein bisschen untertrieben würde ich mal behaupten als nieder so gut kann man es klein nennen und ja genau von dem klassen zu was von den essen einfach und ich bin bei Reepers auch mit dabei und ich muss ja die Ahnung was zeigt wie man es richtig macht genau Prozent nach genau und dann wir spielen heute ein kleines Spiel und das heißt entweder oder haben wir natürlich überhaupt nicht geglaubt haben wir natürlich alles selber gefunden alles sehr und hier ja wir haben das auf jeden Fall selber von die Sendung haben wir auf jeden Fall nicht von den anderen YouTuber geklaut also gerne mal bei Marcel's kaufen ja aber scheiße ähm ja 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 okay ähm ja das können wir ja rausschneiden das war gerade so ein Fail okay äh wo waren wir haben wir natürlich gar nicht geklaut ähm bist du noch am aufnehmen ja achso wir sind ja die Stopp machen soll ja okay also es geht weiter ne und zwar spielen wir heute ein kleines Spiel ach nein das habe ich schon gesagt ne ja achso ja und dann würde ich sagen beginnen wir doch einfach mal mit der ersten Frage und ähm ich würde sagen ähm der Goofy fängt an Nein Lady's first also fang lieber du da ne ne ich würde einfach sagen der Goofy fängt an und ja das bist du also los hau rein ne alter du beginnst ja okay ja okay das können wir auch rausschneiden okay nochmal nochmal bist du bereit? okay ähm ja ich würde einfach mal sagen der Goofy beginnt und das ist in dem Fall der Tagzeit und du darfst mir gerne deine erste Frage stellen alles klar Miki und zwar ähm erste Frage hm was fangen wir denn an ich habe jetzt hier weil wir haben fünf Fragen übrigens nur by the way jeder und ja ähm fangen wir damit an also erste Frage würdest du lieber entweder ein Rollstuhlfahrer ne in der Öffentlichkeit umklatschen und sagen also beziehungsweise schreien richtig laut er hat gesessen oder ein Monat lang selber im Rollstuhl ich bin ich schätze ich werde den Typen umgeben ich habe es einfach eine Klatsch der hat gesessen scheiß drauf wollte das ohne Scheiß Mann echt zu schlafen die Alter überliegst du mir jetzt mal auf der Fresse nee Alter ich werde bestimmt nicht einen Monat im Rollstuhl sitzen äh ich weiß nicht ob ich dann von euch im Rollstuhl sitzt ich hoffe es mal nicht weil das ist ziemlich scheiße würde ich jetzt mal behaupten ja wirklich so und ja wenn es auseinander ist dann tut es mir halt leid aber ja das ist eh schon ein Problem im Rollstuhl ja ja die eine eine oder weniger nein also wir haben nichts zugegen behindert und alles ne und ähm ja nicht irgendjemand hier uns das vorwirft und ähm ja ein bisschen schwarzer Musselzahn egal also nächste Frage du kommst hau raus ähm also ihr denkt jetzt sicher ich bin zum richtigen Hurensohn weil meine Fragen sind echt ein bisschen zu heftig aber ja ähm ja ich fange jetzt mal mit der Leicht desn an entweder du täust in der Öffentlichkeit einen so richtig harten Orgasmus vor ne so so dass dann jeder hört oder du machst die gesamte Gamer Ausrüstung inklusive Games und dem ganzen random scheiße was du hast so besitzt schmeißt du aus dem Fenster und machst es kaputt Orgasmus eindeutig ich mein hallo deshalb hab ich Geld zum aufmachen der Öffentlichkeit ich zieh mir auf eine Maske an das habe ich nicht gesagt drüber und das juckt mich ja nicht aber ähm wenn ich an die Scheiße kaputt zu machen keine Ahnung im Fernseher gehört zwar nicht unbedingt zu aber auch wenn wir trotzdem hab ich da viel Geld drin geschickt dass ob ich das alles kaputt machen würde ja ja aber einen harten Orgasmus vortäuschen ist auch nicht grad so geil ja 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 viel Spaß dabei ähm kann ich ja währenddessen machen wenn du dem Rollstuhl vor ins Gesicht klatscht ok ja genau ok zweite Frage hm ok das ist die beste Frage aber glaube ich weil es so viel Logik gibt eigentlich also würdest du lieber einen Hund vergewaltigen oder dich von einem Hund vergewaltigen lassen ähm was ist das für ne Frage man ja entweder der Hund fickt dich oder du fickst den Hund alter wie will mich ein Hund ficken man ja hallo der rammelt auch gerne bei ihnen dann kommt halt zu dir und du bist grad nackt und dann ja ja alles klar mit dem Arschtoch rein und irgendwie klappt das halt du musst dir das vorstellen ein richtig großer Hund läuft so oh mein Gott so ein Dermatier nur irgendwie so richtig großer ok warte ich würde mich in den Arsch wecken lassen von dem Hund oh shit oh shit das hat er jetzt gesagt also Leute wisst ihr bescheid ihr überlegst dir dieses Kreise dieses kleine eine russer gute Arschlech ja ahne vor allem da will doch keiner reinficken vor allem aber vor allem einfach dann der Ruf alle Hunde fixen sagt nee man dann lieber vielleicht doch da kannst du den Hund alles nicht wohl schieben der war's den scheiß drauf ja ok ähm ich hoffe deine Eltern schauen das Video nicht denn ich denke jetzt kommt die jetzt kommt die allerheftigste Frage ever und zwar entweder du schneidest deinem Vater die Eichel ab ok oder du rammst deine Mutter ein Messer in die Muschi oh du überlegst dir so richtig das ist richtig richtig oh ja der ist richtig aber das kann man nicht beantworten das ist richtig das ist richtig naja keine Ahnung eigentlich abschneiden sich schlafen als wenn jetzt echt zum Messer rammen heißt nicht unbedingt also ich meine es muss nicht unbedingt verletzt werden also ja doch schon mal so man wo ist man er ist zu das ist das ist genau bei uns schlimmes kamer nicht an wo ich weiß nicht machen aber Du musst. Wenn ich jetzt mal was machen müsste, dann... Okay, Angle. Scheiße. Boah, das kannst du nicht bringen. Boah, leg mal, du bist so dein Vater, dann tust du richtig früh schneiden, Alter. In so einem Teppichmesser, keine Ahnung, was ist doch... Ah! Dann spritzt noch nichts schön von uns Blut raus. Schön in deine Augen. Nein, treff mal jetzt nicht, aber... Und mit dem Messer halt einfach nur kurz rein und das war's dann halt auch, das ist gut, aber... Also nimmst du die Muschi? Ich weiß nicht, aber wiederum mein Enten getrennt, meine Mutter wohl nicht... Das heißt, meine Mutter würde sich eigentlich eher weniger antun wollen. Ah! Ich weiß nicht, oh, keine Ahnung, äh... Ah, ich bin einfach... Ach, mein Vater, so. Geil. Ja, okay, du bist dran. Okay. Cool. Also, du musst auf Eltern gehen, dann bin ich jetzt auch mit der nächsten Frage bei den Eltern dabei. Und zwar... Würdest du lieber dich jeden Tag von deinen Eltern eine in die Fresse bekommen? Oder... du bist ein sozialer Mensch? Ja, das müsste auch stehen, das sagt der jetzt so, weil... Ich wusste jetzt vielleicht eigentlich einige von euch gar nicht, aber... Du musst halt verstehen, weil... Für ihn wäre es gar kein Unterschied, kriege ich eh schon von jeden Tag von seinen Eltern in die Fresse. Ja, äh... War's eigentlich doch eine schlechte Frage, tut mir leid. Ja, ja... Das ist halt wieder die Nublo... Ja, okay, ähm... Nächste Frage von mir, ne? Ja. Ja. Entweder, du bringst deine Freundin um, du musst sie natürlich auch noch etwas beutern, ne, muss nicht. Oder... Du bringst dich selber um, indem du dir einen Skaff in den Arsch schiebst, schließlich nicht mehr kacken kannst und dabei irgendwie drauf liest. Oh... Hä? Wie... Wie... Hä? Wie... Wie... Genau, das ist nicht geblockt. Das heißt, da kannst du daneben die Kack vorbei und... Und... Keine Ahnung... Und ich weiß nicht, wie festplastig ist, ob das dann irgendwie... Na okay, nein... Auf jeden Fall könnte es so daneben vorbeigehen, dann würde es irgendwie raus kommen, so ein Stück für Stück. Meint du? Ja, ich weiß ja, aber... ...der mal direkt dann stirbt oder so, ich weiß nicht. Nehmen wir an. Du wirst sterben. Okay, also, eigentlich so sagt einfach Tod, wisst ihr nur dann aber zum Fall Tod selber oder eben Freundinnen zu töten. Ha., boah, warte. Ja, das ist, bei, bei ist heftig, aber ich, okay, aber gut, okay, sagen wir, eigentlich tut es sich jetzt einfach, aber so ein Tod wirklich, wenn wir uns wirklich durchstellen, dass wir durch viel heftiger, aber es ist ein Arzt schieben, die Qualen. Da muss man auch noch das Gaff bestellen, extra, ich habe nämlich keinen. Das kommt nicht auch noch weiter, mein eigenes Tod, ja, okay, gut, es ist so, ich sehr freundlich von dir. Ich schicke, ich schicke ihn dann zurück. Ja, ja, ja. Stigniert, Arsch, stigniert von mir. Nein, ähm, oh, keine Ahnung, aber ich könnte jetzt, wie meine Freunde, einfach nur umbringen irgendwie. Ja, keine Ahnung, irgendwie halt. Ja, nicht, das ist falsch, sagt nicht was, äh, nee, aber ich glaube, ich würde es echt nicht schaffen, einfach irgendwie jetzt generell umzubringen und dann eben auch am Arsch und den man umbringt, vor allem eine eigene Freundin auch noch und dann ist auch scheiße, also dann vielleicht lieber selber einfach sterben, dann hast du, eine gute Tat getan und es war nicht gut, aber besser als eben anderen umzubringen und dann kommt vielleicht schon im Himmel und ja, also, ja, ich weiß das, du bist sozusagen ein Suizidenopfer. Ähm, nee, das ist schon okay. Das ist schon okay. Ja, okay. Wenn man nicht, halt, natürlich. Ja, okay, nächste Frage, komm. Komm, du mal, es ist noch nicht so fies. Letztfrage ist noch die beste, also. Okay, würdest du lieber... Dein eigenes Ei, ja, nur eins, okay? Ein Ei von dir mit einem Nussknacker zerquetschen oder auf einem Auge für immer blind sein. Ähm... Überleg das jetzt. Alter, ich werde das Augen nehmen, Mann. Ja, aber immer blind, auf einem Auge, also siehst du, du bist schon bei eins bestätigt. Äh. Sicher. Ja. Weil, wenn du ein, wenn du einer kaputt machst, so dann hast du uns anfangen noch und dann kannst du ja mit dem halt noch weiter mit auf dich, keine Ahnung, Alter. Ja, wenn ich will, ist es halt, da packst du auf dem Außen nach, die dort so ein Ei, Alter, die gehen jetzt sofort weg. Wer will das schon, wer will das schon durchziehen, wird so zerquetschen. Ja, so zerquetschen. Ja, aber, ah, ja, okay, ja, gut. Stimmt auch, gut. Ja, ganz ein deutliches Auge, kann man ja trotzdem noch Zocken. Der ganz Kratz spielen, auch, okay, also. Okay, ähm. Entweder, du scheißt, jemandem in die Fresse, oder, also jemandem, der wirklich wichtig ist, sagen wir, irgendeinen, irgendeinen Kollegen oder so, oder er kacktieren die Fresse. ich hab mir doch nicht in die Fresse kacken, Alter. Nein! Ich liebe ihm die Fresse, fähig! Alter, überleg's dir! Ja, nur das... Wie hast du deinen Mund an deinen Anus gelegt? Nein, Alter, ich tue einfach nur auf den Boden so, er macht den Mund auf und dann tue ich halt, ja, in die Fresse kacken. Viel Spaß! Ja, besser als anders als mal, ich will nicht aus dem Arsch noch lecken oder so, nee. Aber er, ein richtig wichtiger Kollege, ne? So einer, der will sein wie dein bester Freund. Du wirst ihm echt in die Scheiße reinkacken. Äh, in die Fresse reinkacken. Ja, aber warum soll er mir denn reinkacken? Das ist doch doch das Gleiche, Alter. Ja, und danach sagt er sowieso keine Bros mehr. Ja eben, deswegen, dann kack ich mich über in die Fresse, er hat den Scheiß-Nachgeschmack auch noch. Und, ja... Ja, okay, okay. Okay, das ist die letzte Frage, also... Fuck... Entweder... Du müsstest ein Schwulen-Porno drehen, wo du von zwei Afro-Amerikanern gefickt wirst. Also beide Löcher werden bedient, ne? In den Arsch, in den Mund, von zwei Schwarzen in den Rieslömmeln, ja? Und das wird dann in jedem Netzwerk geteilt von dir, also Facebook, Instagram, Twitter, YouTube... YouTube... YouTube offensichtlich, also ne? Oder, ähm, vor deinen Freunden und Geschwistern würdest du es mit deinen Eltern treiben, mit beiden? Oh... Ne, Alter. Mit meinen Eltern treiben. Ja, mit beiden. Ne, Alter. Das kann ich nicht. Alter, du warst... Ich lass mich nicht mit meinen Eltern ficken. Und dann noch von meinen Freunden, Mann. Ne, Alter. Dann lass ich mich lieber von zwei Schwarzen ficken. Und auf allen Netzwerken, wenn du das ganze Existenz im Arsch. Scheiß doch. Er ist immer der, der, okay? All das war der, der kriegt doch nicht mit meinen Eltern. All das ist ja nichts zu Schwarz-Kenten, so ein bisschen, äh, bei neuem Video so kommt, dann müsste Bescheid, ne? Ja. Ah, ja. Alles klar. So. Ja, okay, letzte Frage für heute. Und zwar, Entweder, du heiratest, ne? Du hast, sagen, du hast jetzt ne Freundin, ne? Ja. Sagen, wie, sagen wir, du heiratest die, ne? Und du könntest nur sie ficken. Keine andere. Weil, wenn du sie betrügst, findest du raus und ihr seid fertig werden. Oder, du hättest tausende von Bitches und könntest jeden Tag an andere ficken und... Ja, einfach so. Die Frage ist durch auch wieder richtig self-made und so. Ja, ja, ist natürlich self-made. Oh, keine Ahnung. Also, ich habe, also, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt, also, ich würde jetzt Leute kennen, die natürlich die Bitch nehmen würden, aber keine Ahnung. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, weil, vor allem, dann, irgendwie, keine Ahnung, weißt du, dann denkst du, ha, geil Bitch. Und dann, nach zwei Tagen hast du direkt schon Aids. Also, muss nicht unbedingt sein, weil ich deswegen gerade als Bitches... Hm. Ne, da bin ich übertreu und so habe nur die eine und dann immerhin ist es so... Schönes Leben und so, keine Ahnung, weil dich so alt und dann sitzt du mit der irgendwann auf der Veranda und schreie die Kinder an, weg von meinem Rasen! Alter, ich will die Bitches nehmen! Ja, dann würde ich halt Aids grippieren, das bringt es halt nicht so. Ja, wir haben gerade in der Schule gelernt, das Kondom schützt zu 89% vor Aids, also, das heißt, wenn du hundertmal fixst, dann... Hast du erstmal Aids bekommen? Ja, eigentlich. Also, das einzige positive in deinem Leben ist Aids gewesen, so HIV. Und deswegen... Ja, doch. Ja, also, du nimmst mir dann Aids, ich nehme lieber meine Freundin, passt ja. Ja, und nach zwei Kindern... Sieht die Möse auch nicht mehr so schön. Alles überlegen, aber wenn du so alt bist, dann treibst du dich nicht mehr so gut. Das muss mir rauscheinen, das muss mir rauscheinen. Das war richtig, weil meine Mutter, wir, es ist ja drei Kinder, wenn sie das nicht sehen würde, die würde ausblüten, Alter. Ja, das war das Video, Alter, das ist nicht so, aber okay. Ja, ich weiß. Egal, wir sind eigentlich fertig, ne? Ja, also, ja, wir sind dann alle, fangen durch, Leute. Ja, ähm, das war's eigentlich für heute. Ähm, ja, ich würde euch noch sagen, haut da rein, lasst auf jeden Fall ein Like da und ich würde sagen, Darkseid hat das Schlusswort. Ja, genau, lasst einen Like da, weil du einen guten Reaper, hat er natürlich schön gemacht. Und wir wollen ja alle, sagen wir mal, bei, 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 sagen wir mal, bei 200 Likes, komm, aber treibst ein bisschen, bis 3rd Likes, dann gibt's das Video, was ich vorher beschrieben hab, hier bei den Schwarzen. Sollt ihr auch sehen, komm. Komm, also, es klärt mir richtig schön, dann dränge ich ihn dazu, das macht er schon, oder? Reaper, komm, dich einsetzt. Ja, dann geht's auf jeden Fall. Okay, genau, und natürlich auch, äh, abonnieren, lieben Jungen. Ähm, natürlich aber auch ein bisschen Eigenwerbung, also auch auf den Clan schon natürlich gehen. Äh, ist auch Schluss, ja. Ist halt, wir sind halt gerade richtig aktiv, deswegen müsst ihr euch reinziehen. Ja, ich weiß nicht, kommt dann noch ein Video, ähm, weil wir jetzt wieder anfangen, aber es war mir lange inaktiv, aber es geht wieder los, meine Freunde. Und bis dahin, ja, würde ich sagen, sehen wir uns, äh, ciao. Ciao. Ciao.